Ich rufe einen Telefonbetrüger an. Hallo? Grüß Gott. Spreche ich da mit Prinz Bogdan 200 aus Südafrika? Ja, haben Sie eine E-Mail von mir bekommen? Ja, genau. Ich wollte Sie da nämlich was fragen. Okay, was? Du hast ein Geld geschickt? Ja, ja, warum ich aber anrufe, ist eigentlich die Frage, warum machen Sie das eigentlich? Das ist doch eindeutig Betrug, oder? Ja, wenn ich war, ich war ein kleiner Junge, ich habe eine verlorene Mutter und der Vater hatte keine Wahl. Oh, das tut mir leid, aber Sie hätten doch einen ehrlichen Job machen können, oder? Nein, konnte ich nicht. Ich habe mich gezwungen. Bitte schicken Geld. Okay, 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 wissen Sie was? Was? Ich schicke Ihnen die 10.000 Euro. Ah, richtig? Ja, heute noch, damit Sie ein neues Leben anfangen können. Daddy, der Idiot schickt uns die Geld. Oh mein Gott. Hallo? Entschuldigung, da war mein Hund. Ich freue mich auf Geld. Okay. Danke, tschüss. Folgt mir für den nächsten Anruf.